Nominiert für den WTT Jan Lieder Award 2016 in Managementkonzeption sind Projekt 1. Betriebsspezifisch, reaktionsschnell, systematisch, den Kosten auf der Spur. Die Büchler-Reindli und Spitzli AG mit Sitz in Flaviel ist in den Bereichen Werkzeug- und Formenbau, Service und Revision sowie Präzisionsfertigung aktiv. Auftrag des Praxisprojektteams war, den gesamten Auftragsentwicklungsprozess aus Perspektive der Kostenrechnung zu analysieren, neu zu konzipieren und mit Reporting-Funktionen für die Implementierung in der betrieblichen Software vorzubereiten. Projekte zeichnen besonders aus, ihre methodische und fachliche Stärke. Sie sind zudem sehr fokussiert und sehr zielorientiert aufgetreten. Sie sind mir manchmal vorgekommen wie die drei Musketiere, alle für einen, einer für alle. Nun hat es bei ihnen geheissen, alle für den Young Leader Award. Die Lösung löst sicher eine Vereinfachung der Datenverarbeitung aus. Auch für die Mitarbeiter wird es einfacher sein, gewisse Selbstkontrollen anzuführen. und wie der Auftrag unterwegs ist. In zehn Jahren werde ich mich an die Praxisprojektezeit erinnern, weil es wahrscheinlich die intensivste Zeit im Studium ist. Gleichzeitig war es aber die Zeit, die wir am meisten für die berufliche Zukunft profitieren können, weil wir das Gelernte direkt in der Praxis anwenden. mit Johannes Kropp, Projektleiter, Philipp Sutter, Luca Pieli, Fabian Ritter, Nicola Scolero. Projekt 2 Wachstum durch innovativen Vertrieb von Investitionsgütern Die Leica Geosystems AG in Herbruck ist weltweit führend bei Präzisionsmessinstrumenten in den Bereichen Bauvermessung, Geodäsie, Luftbildfotografie sowie Fotogrammetrie. Auftrag des Projektteams war, ein Franchise-Crop-Konzept für den Vertrieb von Rotationslasern auf Erfolgschancen zu prüfen, sowie zu fundieren und auf dieser Basis im Detail zu konzipieren. Das Praxisprojekteam hat sich durch Systematik, Fliess, Ausdauer und durch eine konsequente Nutzenorientierung für die Leica ausgezeichnet. Einer der ersten Schritte ist das Bewerbungsselektionstool. Das würden wir jetzt im Aufbau in den USA für den Piloten einsetzen. Besonders stark an unserer Projektleistung ist unser konsequenter Vorgehen während der ganzen Arbeit. Durch das ist eine Implementierung der Ergebnisse bei der Leica möglich geworden. Mit Daniel Benziger, Projektleiter Simon Stoffel Roman Büchler Timo Koller Lino Schindler Projekt 3 Kennzahlenkoffer Aufbau eines KPI-Dashboards für das Produktionscontrolling Die Plaston AG in Wittnau ist global führend in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Verpackungslösungen aus Kunststoff und besonders für ihre Kunststoffkoffer bekannt. Auftrag des Praxisprojektteams war, im gesamten Produktionsprozess relevante KPIs für die Messung der Mitarbeiterproduktivität zu definieren und diese in einem übersichtlichen Dashboard abzubilden. Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Airbus fliegen mit nur einer einzigen Messgrösse. Das geht nicht lange gut. Wir sind bereit, das Cockpit mit unserem BI-Softwarepartner aufzubauen. Jetzt sind nur noch ein paar wenige Anpassungen für die Erfassung der Zahlen nötig, aber bis Ende Jahr wäre das Dashboard in Betrieb bei uns. In ein paar Jahren werde ich mich sicher an eine sehr strenge Zeit erinnern, aber vor allem an unseren stundenden Blick bei der Besichtigung der Produktion in Wittnau. Für uns Bürogummis war das eine ganz neue Welt. Mit Ramon Hilber, Projektleiter Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Management Konzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategorien.